Hallo zusammen, herzlich willkommen bei der Olmer Messe im wunderschönen St. Gallen nahe des Bodensees. Wir begrüßen euch heute mit Joya. Wir wollen euch zeigen, warum sich der Rücken von Leuten freut, wenn sie diesen wunderbaren weichen Schuh kaufen. Guten Tag, wir haben gerade gesehen, Sie sind mit dem Joya schon länger unterwegs. Darf ich fragen, warum haben Sie den Joya auf der Messe an? Auf dem herten Boden habe ich mit dem anderen Schuh sofort die Rücken. Ich könnte gar nicht loslaufen und dann müsste ich wieder nach Hause gehen. Und darum, wenn ich noch in der Olmer bleiben möchte, muss ich mit dem Joya das rumlaufen. Ich habe einen Nachbarn, der mich dann empfohlen hat. Und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert. Meine Rückenschmerzen, die ich oft habe beim Laufen, spüre ich nicht mehr. Ja, vor allem einfach das weiche Laufen. Wenn ich hier die Schuhe an habe, habe ich am Abend Schmerzen im Fuss. Einmal probiert immer Joya, weil ich trage gar keine anderen Schuhe mehr. Was ist für Sie der Vorteil von Joya? Der Vorteil ist, ich habe schon jemanden aus der Familie gekannt, die den hat und ein gutes gehört. Ich hatte das Gefühl, weil ich mit normalen Schuhen nicht mehr so glücklich war. Ich hatte das Gefühl, wieso nicht einmal etwas investieren, das vielleicht ein gutes Resultat bringt. Und das ist ein super Resultat gewesen. Ich habe gerade gesehen, Sie lassen die Schuhe gleich an. Darf ich fragen, warum? Weil ich Rückenschmerzen hatte. Und die Schuhe haben Ihnen geholfen? Ja, es ist bereits viel besser. Viel besser und es ist viel angenehmer. Ich hatte erstmals einen Joya Schuh und der hat mir sehr gut gepasst. Vor allem hatte ich ein Achillesseelenproblem, ein bisschen Rückenprobleme und mit dem Joya Schuh ist dieser praktisch weg. Dass ich den Tag über lebe, ohne dass mir die Füsse abfallen. Das ist aber sehr schön. Dann wünschen wir Ihnen ein gutes Stehen und Gehen. Es ist für mich einfach, für den Rücken ist es gut. Es ist schön weiches abholen. Ich laufe besser so. Eine strahlende Joya Trägerin haben wir hier am Stand. Darf ich fragen, was ist für Sie das Positive von Joya auf Ihrem Körper? Äh, alles. Da schwappt man wie auf Wolken. So liebe Leute, das war wieder ein wunderbarer Tag an der Olmer Messe. Sie konnten hören, wie Leute sehr zufrieden von unserem Messestand weggehen. Entweder weil sie einen komfortablen Schuh gekauft haben oder weil Joya auch die Lebensqualität wieder verändert hat. Und in dem Sinne, auf Wiedersehen und denken Sie daran, ein starker Rücken beginnt beim Schuh. Denn Joya, einzigartiges Gehgefühl, Joya schont die Gelenke und Joya entlastet natürlich den Rücken. Dran denken, Joya, dein Rücken freut sich. Los geht's mit. Ich hab mich. Los geht's mit. Jänner, das immer mehr. Och das ist mit. Ich hab mich.